Viele SPÖ-Funktionäre sehen sich ja gerne als Sozialfighter, doch jetzt provoziert ihre für Krisenzeiten vielleicht etwas unsensible Ausflugsplanung einen sogenannten Marie-Antoinette-Moment aufgrund des Zitats, das ihr fälschlich in den Mund gelegt wird. Das Volk hungert, wenn sie kein Brot mehr haben, dann sollen sie doch Kuchen essen. So kritisiert ein Mitarbeiter der Kronenzeitung Salzburg auf Twitter deutlich die etwas irritierende Auswahl der SPÖ-Club-Tagungslocation in der Bekannten und durchaus luxuriösen St. Martins-Therme im Burgenland. Der Redakteur schreibt auf den Social-Media-Kanal. Cool, die SPÖ Wien schickt ihre Durchhalteparolen aus der St. Martins-Therme. Immerhin kostet die Nacht in dem sehr netten Thermenhotel mindestens 299 Euro. Diverse Massagen und Schönheitsbehandlungen sind da allerdings nicht inkludiert. Für ein Luxury-Treatment namens Der Himmel auf Erden sind 141 Euro fällig. Etwas günstiger für die Genossen im Spa-Bereich. Die Behandlung Männerzeit um 91 Euro. Mit dabei in dem Paket kompromisslos männliche, natürliche, kontrolliert vegane Pflege mit den Extrakten des Baumes, mit Reinigung, Enzym-Peeling, Tiefenreinigung, Gesichts- und Nackenmassage, erfrischende Maske und Abschlusspflege. Für die Behandlungen war vermutlich ohnehin keine Zeit. Statt den Himmel auf Erden im Spa so richtig genießen zu können, mussten sich die SPÖ-VIPs sie auf die Hölle auf Erden bei ihrem Machtkampf um die Parteispitze vorbereiten.